Freitag 16. Dezember 2022 Es ist die Zeit der Vorwarnung für euch, um zu glauben und eure Wiege zu bessern. Botschaft des heiligen Erzene Michael an Luz de Maria Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus Ich bin von der heiligen Dreifaltigkeit gesandt, um euch das Wort zu verkünden, das der Wille Gottes ist. In der Einheit eines Volkes, das in den Fußstapfen seines Königs und Herrn wandelt, sollt ihr weiterhin das Gute kennen, das ihr tun sollt, und so das Böse vermeiden. Das Bewusstsein, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist, NK 12,27, muss im menschlichen Wesen bleiben. Nur so wird die Menschheit dazu kommen, nach mehr Geistigem zu streben, im vollen Bewusstsein, dass sie ohne Gott nichts ist. Lebt in dem unermüdlichen Bestreben, der heiligen Dreifaltigkeit, unserer Königin und Mutter, den Erzengeln und Engeln näher zu sein, damit ihr in der Sehnsucht nach dem Göttlichen lebt und im Sinne des Guten arbeitet und handelt. Kinder Gottes Ihr befindet euch in dem Moment der Erwartung vor der Erfüllung der Prophezeiungen, die mit klaren Zeichen angekündigt wurden, die das Kommen voraussahnen. Schaut euch die Natur an, wie sie handelt. Die menschliche Kreatur hat sich von den Tempeln entfernt und sie bieten unseren König und Herrn Jesus Christus nicht an. Sie empfangen die heilige Eucharistie in Todsünde. Sie verachten und weigern sich, den heiligen Rosenkranz zu bieten. Sie spotten über die Sakramentalien. Die heilige Dreifaltigkeit fordert die Priester auf, sich in ihren priesterlichen Gewändern würdig zu kleiden, denn wenn sie sich wie eine nicht geweihte Kreatur kleiden, werden sie respektlos behandelt und mit Kreaturen verwechselt, die nicht für den priesterlichen Dienst geweiht sind. Das Volk unseres Königs und Herrn Jesus Christus muss ständig auf die kommende Nahrungsmittelknappheit und den starken Klimawandel vorbereitet sein, besonders in Europa. Der Erdkern wird durch den Magnetismus eines Himmelskörpers beeinflusst, der sich der Erde nähert. Europa wird diese Zeit mit extremen Schneefällen und einer bisher nicht gekannten Kälte durchleben. Amerika wird eine Veränderung des Klimas erleben, die Temperaturen werden sinken und sich kalt anfühlen, aber nicht extrem. Es ist die Zeit der Vorwarnung für euch, damit ihr glaubt und eure Wege ändert. Wo es Sand gibt, erscheint Wasser, und wo es Wasser gibt, erscheint Sand. Vulkane brüllen in verschiedenen Ländern auf der ganzen Erde. In die Wüste dringt Wasser ein, und wo Wasser ist, entsteht Wüste. Bietet, bietet Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus für die Bekehrung der Menschheit, bietet für den Kontinent Asien. Bietet, bietet Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus für die Knappheit der Lebensmittel. Bietet, bietet Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus für die sozialen Unruhen und die Verfolgung, die in den Ländern stattfinden. Bietet, bietet Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus, aus den Ländern, die euch aufgenommen haben, werden die erbitterten Verfolger des christlichen Glaubens hervorgehen. Volk unseres Königs und Herrn Jesus Christus, haltet unsere Königin und Mutter durch das Gebet des heiligen Rosenkranzes auf die Bedürfnisse eines jeden aufmerksam, damit der Stolz, der in der menschlichen Kreatur wächst, geschwächt und durch Demut überwunden wird. Der Stolz ist dem Bösen eigen, dem Unterdrücker der Seelen, er verdirbt das Geschöpf, er umhüllt es mit Bösem und Neid. Stolz verformt das menschliche Wesen in seinen Handlungen und Taten, er macht es blind und unkenntlich. Handelt in Demut, nicht in falscher Demut, nicht in erzwungener Demut, sondern in der Demut des Lichts, das von unserem König und Herrn Jesus Christus kommt. Glaubt, glaubt, beugt euch vor den Sünden, tut fest Busse durch Bekenntnis und mit dem festen Vorsatz der Besserung, damit ihr durch die göttliche Barmherzigkeit neue und erneuerte Geschöpfe werdet. Seid geistig wachsam, seid einfache und demütige Geschöpfe des Herzens. Das Wissen soll nicht zur Schau gestellt werden, sondern als Zeugnis dessen, was in jedem von euch wohnt, geliebt werden. Besonnenheit ist ein großartiger Begleiter für die Garten. Wer klug ist, setzt sich nicht der Gefahr aus, gestürzt zu werden, in T 10,16. Dies sind ernste Zeiten, sehr ernste Zeiten, in denen Versuchungen, Unzufriedenheit, Spaltung und Vergnügungen von den Geistern des Bösen in aller Eile verbreitet werden. Das menschliche Geschöpf, das Busse tut, das Gott als seinen Herrn und Retter anerkennt und ein neues Leben beginnt, wird von seinem Schutzengel geleitet, einem Begleiter auf dem Weg, damit es sich nicht verjährt. Geht vorwärts, Kinder Gottes, geht vorwärts, vereint in der Erwartung, dass sich alles, was prophezeit wurde, erfüllt. Bewahrt den Frieden und seid brüderlich. Ihr werdet von meinen Legionen begleitet, von unserer Königin und Mutter beschützt und durch das Blut des göttlichen Lammes gerettet. Heiliger Erzenne Michael AVE Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen AVE Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen AVE Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen Kommentar von Luste Maria Brüder Ein starker Aufruf zum Glauben und zur Treue zu Gott, dem Einen und Dreifaltigen, und zu unserer Heiligen Mutter. Der heilige Erzengel Michael führt uns zu dem Bewusstsein, dass Gott wirklich im Leben eines jeden von uns gegenwärtig ist. Und es ist gerade die Erkenntnis durch die Heilige Schrift, die uns dazu führt, Gott und seine Entwürfe für die Menschheit zu erkennen. Wissen führt uns dazu, Gott zu erkennen, der in uns ist, aber wenn man ihn nicht kennt, erkennt man ihn nicht. Der heilige Erzengel Michael möchte, dass wir uns bewusst sind, dass es Gott gibt und dass wir ihm durch unser Gebet und unsere täglichen Werke näher kommen, aber Vorsicht, wir dürfen uns nicht auf den Intellektualismus konzentrieren, sondern müssen uns auf die Suche nach Gott machen, der seinen Kindern entgegen geht. Wie uns der heilige Erzengel Michael versichert, sind wir nicht allein. Es ist notwendig, die Güte Gottes zu erkennen, wenn er die Nutzlosesten seiner Kinder zu großen Taten ruft, wenn er demjenigen, der im letzten Moment zur Arbeit kommt, alles gibt, wenn er demjenigen, der glaubt, Weisheit schenkt und wenn er den klugen Weise nennt. Ein jeder hat seine Aufgabe. Bitten wir den Heiligen Geist, uns zu helfen, unsere Hände voller Werke und nicht leer vor Gott zu stellen. Amen.